Oh, die Karte! Was wollten Sie gerade sagen, Mr. und Meid? Der Hass, der Hass ist publik, die Aversion der Öffentlichkeit gegen Kunst und all das nur, weil wir in unserer Kunst den Betrachter spiegeln. Ach, 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 hier geht's Moral, 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 Schädigung, Schädigung. Ja, ja, das Unanständig ist überhaupt, das Unmoral ist überhaupt, das große Last ist die andere Passerei. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwer tue mit der völligen Gleichstellung. Am 13. November 1895 wurde ich von London ins Zuchthaus gebracht. Ich wurde von zwei bis halb drei auf einem Bahnsteig der Station Clapham Junction ausgestellt. Schiller, Friedrich Schiller darf heute in keinem Spielplan fehlen. Heinrich von Kleist, Friedrich Dürrenmatt, Dürrenmatt, das war halt kein Mensch. Pussy Riot, jüngstes Beispiel. Alle unmoralisch, sittenwidrig, mit Verbot oder Gefängnis bestraft. Scheiß Gerber, was sind hier mit... Hey, was sind hier mit Dingen im Mund gelegt? Dinge, die passiert sind. Darum wünsche ich mich vor Gericht auf diese manipulative Art und Weise mit mir verfahren. Ich bin der Kläger und nicht der Abgeklagte. Dann hüpfte ich noch einmal mit diesem Walter Bishop, dann inszeniere ich einen öffentlichen Skandal. Ja! Nein, 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 nein! 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 Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020